Spielzeug für große Jungs. Jetzt kommen Sachen, die Männern Freude machen. Bei uns geht es jetzt weiter mit Spielzeug für die großen Jungs und Männer. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon Gefallen gefunden an dem einen oder anderen Produkt. Also auch für uns Frauen auf jeden Fall und auch für die Kinder natürlich. Und wir zeigen Ihnen jetzt ein paar Produkte und ein paar Spielzeuge, die echt Spaß machen. Ja, Spaß für groß und klein. Ich meine, guck dir mal diesen Wagen hier an. Wir haben hier einen Mercedes-Benz GLA 45 und das ist ziemlich originalgetreu nachgemacht. Wahnsinn. Hat sogar den Mercedes-Stern vorne, der ist nämlich lizenziert von Mercedes sogar. Und das ist ein Kinder-Elektro-Auto. Ich als Junge, ich hätte meinen linken Arm dafür gegeben, so ein Auto zu haben. Oh ja, das glaube ich. Wir hatten einen Jungen in der Nachbarschaft, der hatte so einen Traktor. Das war ja gar nichts Besonderes. Aber das war natürlich der Held der Nachbarschaft. Wir haben einen richtig tollen Mercedes. Und der ist super ausgestattet. Den können Sie heute für Ihre Kinder natürlich hier zuschlagen. Ist, würde ich mal sagen, so für drei bis acht Jahre und kann bis zu 30 Kilo aufnehmen. Deswegen setzen wir uns jetzt nicht rein. Wir haben ein bisschen mehr. Aber so ein Auto macht das schon mal Eindruck hier. Auf jeden Fall. Total in Chrom. Super schick, ne? Ich bin auch ein super Mercedes-Fan. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein kleines Kind hier drin sitzt und dann, wenn man spazieren geht, jetzt ist ja der Sommer, die Zeit ist zum Spaziergehen. Wenn man mit der ganzen Familie rausgeht, das ist doch super. Das ist doch auch ein Hingucker dann. Ist ein super Hingucker. Ja, also wir machen ihn mal an. Und das siehst du hier schon. Vorne die Lampen gehen natürlich an. Wahnsinn. Und dann hat er hier so viel tolle Ausstattung. Also natürlich ein Lenkrad, ein richtiges Gaspedal. Fährt bis zu sieben Stundenkilometer schnell. Hat auch eine ordentliche Batterie drin, wo man also richtig Fahrspaß haben kann. Und hier, der hat sogar einen MP3-Spieler drin. Ich mach den mal an hier. Da muss man einfach nur einen Memory-Stick reinstecken. Und schon fängt er an zu spielen. Das ist also wirklich wahnsinnig. Ich bin begeistert. Das ist wirklich Sound. Wie ein echtes Auto. Mit Musik. Wahnsinn. Ja, da kannst du dann durch die Nachbarschaft cruisen, ne? Die ganzen Nachbarn beeindrucken mit. Es macht natürlich riesen Spaß. Ich mach's mal ein bisschen leiser hier. Und dann haben wir hier eben das Auto. Auch richtig mit Türen zum Einsteigen hier. Natürlich mit Seitenspiegeln hier. Und dann, ich zeig ihn mal von allen Seiten hier. Der wiegt natürlich auch nicht viel hier. Wow. Schau dir mal die Felgen an. Sind das Felgen? Das ist so auch ein Hänggucker. Und dann natürlich auch von hinten. Also der ist richtig originalgetreu gemacht. Hier sogar mit Nummernschild. Hier mit einem Sitz. Der Sitz hat sogar einen 5-Punkt-Sicherheitsgurt drin. Also dass man auch sicher unterwegs ist. Der Clou, an dem jetzt hier ist, der hat natürlich ein Gaspedal. Aber ich kann den auch fernsteuern. Sie kriegen da eine Fernsteuerung mit. Weil wenn man mal unterwegs ist, dann will der Sohn oder die Tochter vielleicht nicht ganz so fahren, wie man selber will. Und dann kann man den hier einfach mit der Fernsteuerung wieder auf die richtige Bahn lenken. Und ich sag mal, 7 Stundenkilometer, das ist so ein normales Spaziergehtempo. Da bleibt also keiner zurück oder man muss auch nicht warten. Das ist richtig, richtig toll. Die Optik und der Fahrspaß ist natürlich der Wahnsinn. Ganz normal an die Steckdose anzuhängen zum Laden. Und dann kann man hier mal richtig durch die Nachbarschaft cruisen. Mit dieser tollen Fernbedienung haben sie ständig alles unter Kontrolle. Rechts, links, natürlich vorwärts und rückwärts. Und dann kann Sodemann oder Töchterchen mal richtig stilvoll durch die Nachbarschaft fahren werden. Ja, oder auf die Enkelkinder. Also das ist auf jeden Fall ein super Geschenk. Ich hätte mich früher auch als Mädchen da super drüber gefreut. Weil damit ist man einfach auch so bei den Gleichältrigen also ein Hingucker, ne? Ja. Und auch mit dem Licht. Ich meine, der ist so liebevoll und detailgetreu gemacht. Wie gesagt, original Mercedes lizenziert. Den können sie also auch im Mercedes-Laden wahrscheinlich kaufen. Aber bei uns kriegen sie natürlich hier zum TV-Sonderpreis. Also so viel Spaß für so wenig Geld. Und das ist ein echtes Statussymbol, sage ich mal. Das macht einfach richtig Spaß. Ralf hat seinen Enkeln auch mal so ein Auto geschenkt. Das ist also wirklich der Hit gewesen in der Nachbarschaft. Wie gesagt, bei uns war einer mit einem Traktor. Ist nicht ganz so anziehend, aber war für uns als Kinder natürlich spektakulär. Boah, der hat seinen eigenen Traktor und kann damit durch die Gegend fahren, ne? Oder wenn Sie Besitzer eines solchen Autos sind, in echt, dann ist der Sohn oder die Tochter natürlich besonders stolz, wenn es mit dem gleichen Auto durch die Gegend fahren kann. Aber das war ein richtig schicker Mercedes, der eben wirklich liebevoll gemacht ist, super aussieht, ganz, ganz tolle Funktionen hat. Ich finde das mit der Fernbedienung ausgesprochen praktisch, dass man eben auch mal spazieren gehen kann damit und dann eben hier mal richtig Spaß haben in der Natur. Ist ja jetzt auch wieder schönes Wetter. Auf jeden Fall. Da lohnt sich das dann natürlich. Natürlich ein Cabrio gehört sich ja so, ne? Hm, das stimmt. Ich bin ganz begeistert, auch wie hier mit den Türen, dass man da einsteigen kann, was du uns gerade gezeigt hast. Auch mit dem Licht und mit dem Sound. Man kann sogar Musik mit abspielen. Wahnsinn. Ja, es macht einfach Spaß. Also wie gesagt, ich als Kind wäre so stolz drauf gewesen. Hupe hat da natürlich auch. Es ist wirklich an alles gedacht hier bei diesem Auto. Mhm. Und wie gesagt, mit der Stereoanlage da noch drin, das ist natürlich dann der Hit, ne? Hier vorne haben wir dann eben auch noch die Boxen drin. Ich zeige Ihnen den mal von innen, dass Sie das auch sehen können, wie der aussieht von innen. Dann haben wir hier also den Sitz mit dem 5-Punkt-Sicherheitsgurt hier. Da sitzt der Kleine, also die Kleine dann wirklich auch sicher drin. Hier vorne das Lenkrad mit der Hupe. Da haben wir die Stereoanlage vorne drin. Hier sind die Boxen. Also ganz, ganz, ganz fantastisch gemacht hier. Ein ausgesprochen liebevoll gestaltetes Auto, womit man eben richtig, richtig Spaß haben kann. Wir schauen mal auf Vell.de, was Sie da heute sparen. Das ist natürlich auch noch mal der TV-Sonderpreis. Da sind wir bei 240 Euro. Und bei uns heute, unser TV-Sonderpreis, bekommen Sie das Kinderauto Mercedes-Benz für 189,99 Euro. Das sind unsere Urlaubs-Sonderpreise für Sie. Also am besten jetzt zum Hörer greifen. Die sind nämlich ab Lager auch noch lieferbar. Das ist ja auch der Wahnsinn. Und dann haben Sie einfach den Spaß, zum Beispiel für Ihre Enkelkinder. Also ich hätte mich da früher super drüber gefreut. Und das ist einfach Wahnsinn. Mit dem Sound, mit dem Licht, mit den Türen, mit diesem Gurt. Also das ist wie bei Mama und Papa im richtigen Auto. Wahnsinn. Ja, wie ein richtiges Auto. Es ist wirklich wie ein richtiges Auto hier mit dem Licht. Da ist wirklich an alles gedacht. Und das macht einfach Spaß, einen echten Mercedes zu fahren. Und heute sparen Sie ihm nochmal richtig viel Geld hier. 40 Euro unter Pearl.de für die nächsten zwei Stunden. Das ist ein super Geschenk. Also da sind strahlende Augen garantiert hier. Mit unserem Mercedes-Benz GLA45 heißt das Modell. Das ist die kleine Version davon. Ideal natürlich für kleine Kinder. Wie gesagt, ich würde sagen, so drei bis acht Jahre und bis 30 Kilo kann der fahren. Macht einfach einen Riesenspaß. Ein richtig tolles Auto. Eine Luxuslimousine. Das stimmt. Sehr viel Luxus. Und die Bestellnummer ist die NX 6249 und die 569. Damit sichern Sie sich den TV-Sonderpreis. Und wir haben Ihnen jetzt unseren schönen Mercedes gezeigt. Und jetzt wechseln wir einmal zu einem zweirädrigen Motorrad. Ja. Auch der Wahnsinn. Guck dir den mal an. Ich bin, es bläst einen wirklich weg hier. Guck mal, wie das aussieht hier. Ich zeige es mal von allen Seiten nochmal hier. Von BMW. Auch schick. Es ist von BMW. Es ist von BMW lizenziert. Guck mal, du kriegst sogar BMW Zündschlüssel davor. Und BMW ist natürlich der Name für Motore. Das sind Luxusmotorräder, die kosten viel Geld. Und das haben wir jetzt eben auch hier wieder in einer kleinen Version hier. Das ist eine BMW K1300S. So heißt das Originalmodell davon. Ist wie gesagt auch wieder original lizenziert. Hat einen ganz, ganz tollen Sitz natürlich hier auch. Mit dem können Sie fahren. Da kann auch nichts passieren. Der hat Stützräder. Ja, das ist wichtig. Der hat drei Geschwindigkeiten bis zu 4,5 Stundenkilometer hier. Und ist wieder mal, sage ich mal so, für bis zu 30 Kilo eben wieder so in dem Alter von 3 bis 8, würde ich sagen. Und damit kann man dann richtig loslegen. Der hat hier auch einen richtig schicken Lenker. Und guck mal, wenn ich hier den Zünd umdrehe, was der schon für Geräusche macht. Boah, das ist satter Sound, ne? Wow. Und dann kannst du hier, ist ein Gaspedal, wenn du da drauf drückst, dann fährt er los. Vorwärts oder rückwärts. Gelenkt wird hiermit. Und dann haben wir hier noch vier Tasten mit Geräuschen. Den will ich Ihnen auch mal zeigen. Hier haben wir nochmal ein richtig sattes Motorengeräusch. Da wird man ja richtig mitgezogen, ne? Auf jeden Fall wahnsinnig Sound. Irre, ne? Und dann, das finde ich auch witzig, guck mal hier vorne, die Blinker. Hier haben wir auch noch zwei Musiktasten, da sind Lieder eingespeichert. Und wenn ich da drauf drücke, siehst du die Blinker? Die leuchten im Rhythmus der Musik. Da haben wir einmal so ein Kinderlieder und einmal richtig sportliche Rennmusik, ne? Also das macht doch auf jeden Fall auch einfach Spaß. Wenn man da jetzt sich vorstellt, da sitzt der kleine Enkel drauf zum Beispiel. Wahnsinn. Ja, und er hat seinen eigenen Schlüssel. Seinen eigenen BMW-Schlüssel. Stimmt, zwei Stück. Kann er gleich an seinen Hausschlüssel ran machen. Und dann in der Schule mit auftrumpfen. Das ist, das ist wieder so eine Sache, weißt du, das ist so toll und liebevoll gemacht. Das ist ein echtes Statussymbol. Da freut sich wirklich jedes Kind drüber. Das haben wir relativ neu im Programm. Ich zeige es nochmal hier von der Seite. Auch hier vorne und hinten. Die Scheibenbremsen. Hier der hochgezogene Auspuff. Ist absolut sicher natürlich, weil wir hier Stützräder dran haben. Da sind auch keine heißen Teile dran, wie beim richtigen Motorrad. Zwei Rückspiegel, das ist also auch da für Sicherheit gesorgt. Man sitzt da richtig bequem und sicher drauf. Und damit kann man dann auch wieder durch die Nachbarschaft cruisen und mal eine Motorradtour machen. Durch die Nachbarschaft, mal einmal um den Block fahren. Ist einfach der Hammer hier. Das stimmt. Und die Eltern müssen sich auch gar keine Sorgen machen, weil hier ist an die Sicherheit gedacht. Mit diesen zwei Stützrädern zum Beispiel noch. Oder auch mit diesen Lenkgriffen. Das ist ja auch super. Also da sitzt man auf jeden Fall auch super sicher drauf. Ja, das ist wie so eine Rennmaschine. Es hat auch hier diesen Stummellenker heißen, die glaube ich. Hier die beiden Rückspiegel hier vorne, die Scheibe. Das ist wieder so original nachempfunden. Deswegen ist es auch von BMW lizenziert. Dass eben, wenn Papa oder Opa so eine Maschine haben, dann kann der Sohn oder der Enkel natürlich auch so ein Ding haben. Oder die Tochter oder das Enkelkind. Hier ist es wieder an allem. Das sieht original so aus, wie die original Rennmaschine von BMW. Mit dem Chrom und allem. Es ist einfach toll gemacht und macht einfach Spaß. Da ist man dann richtig stolz als Kind und glänzende Augen überall. Ich hätte ein breites Grinsen für zwei Jahre gehabt, wenn ich so ein Ding gehabt hätte. Das stimmt, aber früher war das immer sehr, sehr teuer. Aber bei uns hier können Sie sich heute unseren TV-Sonderpreis sichern für 249,99 Euro. Und wir schauen jetzt auch einmal zu Pöll.de. Dort sind wir bei 304 Euro. Also Sie sparen heute echt viel. Das ist der Wahnsinn. Wie gesagt, bei 250 Euro knapp bei unserem TV-Sonderpreis. Und da würde ich auf jeden Fall jetzt zum Hörer greifen. Weil damit machen Sie auf jeden Fall jedes Kind glücklich. Und da freut sich jedes Kinderauge. Ja, es ist, es ist, man sitzt da drauf wie auf dem richtigen Motorrad. Und fährt damit wie, wie ein richtig, wie der Papa oder wie ein richtiges Motorrad auf der Straße. Ist aber total sicher. Ist auch maximal, was habe ich gesagt, viereinhalb Stunden, Kilometer. Und macht einfach toll, einen tollen, tollen Sound, einen tollen Eindruck. Ja. Also eine richtig tolle, tolle Rennmaschine, die Sie hier eben für Ihre kurzen, egal ob Männchen oder ob Sie einen Jungen oder ein Mädchen haben, hier drauf setzen können. Ist eine K1300S. Ich kenne die im Original. Und die sieht wirklich ganz genau so aus. Ja, ich bin echt begeistert. Ich sage Ihnen auch noch die Bestellnummer. Das ist die NX7267 und die 569. Und das ist unser TV-Sonderpreis für Sie bei 249,99 Euro. Unser BMW-Motorrad. Und das ist echt Wahnsinn und ein richtiger Hingucker. Fährst du gern Motorrad? Ja, ich fahre auch gern Motorrad. Aber allerdings habe ich keinen Führerschein. Ich fahre immer noch mit hinten drauf. Fährst du noch mit, aber macht Spaß. Ja, das macht super Spaß. Ja, weil man halt an der frischen Luft ist. Jetzt ist Sommer. Es ist Zeit rauszugehen. Und hiermit machen Sie alles richtig, weil das ist der Traum eines jeden Kindes. Ein so tolles Motorrad oder Auto zu haben. Hier haben wir die Spitzenmodelle, die BMW und den Mercedes. Wir rollen das mal ein bisschen zur Seite hier. Weil jetzt brauchen wir Platz. Wir gehen nämlich jetzt in die Luft, würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal in die Luft, ganz genau. Und da haben wir etwas, das stelle ich heute zum ersten Mal vor. Ich habe ihn noch nicht vorgestellt. Carsten hatte ihn schon mal vorgestellt. Das ist ein kleiner Quadro-Cop. Da schauen Sie mal, wie klein der ist. Ja, der ist echt. Der ist unglaublich klein hier. Ich halte mal meine Hand dahinter. Die Karte, da können Sie es besser sehen. Der ist also so 6, 7 cm nur im Durchmesser, würde ich mal sagen. Fliegt aber 1A, der hat ein 6-Achsen-Gyroskop drin. Und das ist so die Technik, dass die eben nicht von rechts nach links und hoch und runter fliegen, sondern ganz, ganz ruhig. Wollen wir mal fliegen lassen, Moni? Ja, sehr gerne. Starten wir mal. Also, starten wir ihn mal. Sie sehen schon, hier vorne haben wir jetzt die Lichter. Ja. Grün für vorne, rot für hinten. Und jetzt kann ich ihn hier ganz vorsichtig starten. Wir machen die Karten. Sie sehen schon, die Rotorblätter bewegen sich. Wow. Jetzt geht er in die Luft. Der liegt aber super in der Luft. Der liegt super in der Luft, ne? Und wie weit er hoch geht. Ups. Ich bin begeistert. Er fliegt sich ganz, ganz leicht. Da fliegt man nach vorne, hier fliegt man nach hinten, zur Seite, zur anderen Seite. Es macht einfach einen Riesenspaß, damit zu fliegen. Und er ist auch relativ robust. Sie sehen, dass ich fliege hier ganz hoch. Ja, ich sehe es. Jetzt fliege ich wieder ganz runter, ein bisschen abbremsen. Wahnsinn. Also es ist wirklich ganz, ganz leicht zu fliegen, dieser kleine, kleine Helikopter. Und der Preis ist absolut unglaublich. Ich weiß, diese Quattrocopter haben früher wahnsinnig viel Geld gekostet. Ja. Und waren sehr, sehr schwierig zu fliegen. Das ist inzwischen nicht mehr so. Durch diese Sechsachsen-Gyroskop-Technik. Ich rühre mal ein bisschen runter. Ich bin begeistert. Schau mal, wie ruhig der in der Luft ist. Bei dir sieht das so einfach aus. Willst du auch mal fliegen? Ja, ich würde auch gerne mal. Ist sehr, sehr, sehr sensibel. Also Moni, du hast hier noch nie geflogen, oder? Nein. Ist der Wahnsinn, ne? Ui. Und den kann man dann mal drin oder draußen fliegen lassen. Und der Preis, schauen Sie mal den Preis. Das ist 15,99 Euro für so ein tolles Fluggerät. Wie cool. Mit Fernbedienung kommt alles mit. Der fliegt übrigens mit Akku. Müssen Sie ab und zu mal aufladen. Dann haben Sie sechs Minuten Flugzeit. Er wiegt nur 14 Gramm. Unglaublich. Und macht einen riesen Spaß. Gerade im Dunkeln. Weißt du, wenn es ein bisschen dunkler ist, dann sieht man diese Positionslichter noch mal so genauer. Ja, ich bin echt begeistert. Schau mal, wie schön der in der Luft liegt. Und ich fliege das gerade zum ersten Mal. Und super, es macht echt Spaß. Ja, das ist diese Gyroskop-Technik, dass er also weiß, wann er ruhig in der Luft ist und welche Richtung er haben muss. Es ist wie so ein kleiner Vogel fast, ne? Das stimmt. Es macht einen riesen Spaß. Also das ist wieder so ein tolles Spielzeug für große Jungs und Mädchen. Da hat wirklich jeder Spaß dran. Und gucken Sie mal, 15,99 Euro. Jetzt bist du gegen den Ball geflogen. Aber das ist es ja. Die sind auch nicht mehr so empfindlich. Das macht einfach riesen Spaß. Und das kann wirklich jeder. Du hast ihn eben zum allerersten Mal geflogen. Ja. Und hast ihn absolut still in der Luft gehalten. Und jetzt geht es schon weiter hier. Ups. Da ist er. Ist doch Wahnsinn, oder? Der kann sogar, wenn du einen Knopf drückst, kann er ein Looping in jede Richtung machen. Das brauchst du gar nicht selber zu machen. Ach ja. Der hat dann Knopf für, ich drehe ihn mal um, lieber. Ich hebe ihn mal wieder auf. Und dann starten wir ihn nochmal. Ein Looping. Ja. Wir schauen mal auf Pöll.de, was er da normalerweise kostet. Dort sind wir bei 21 Euro. Und Sie bekommen ihn heute für 15,99 Euro. Unseren Mini-Quadrocopter. Wahnsinn. Unseren Quadrocopter hier für so wenig Geld. Überlegen Sie mal. Unter 20, deutlich unter 20 Euro hier. Für unseren Quadrocopter. Den Sie unbedingt bestellen sollten. Weil der ist so leicht zu fliegen. Macht so einen Riesenspaß, dir zu fliegen. Und der ist in wenigen Tagen bei. Und Sie können damit eben bei sich in der Wohnung fliegen oder draußen. Es macht einfach einen Riesenspaß. Ich sage Ihnen mal die Bestellnummer. Das ist die ZX-5216 und die 569. Für unseren kleinen, kleinen, kleinen Quadrocopter. Der eben ganz einfach durch das Gyroskop. Dadurch kann der eben ganz leicht in der Luft nicht. Kinderleicht zu fliegen. Und für jeden, Moni hat ihn eben das allererste Mal geflogen. Es ist sehr einfach, den zu fliegen. Hat einen Akku drin, braucht keine Batterien. Für die Fernbedienung brauchen Sie Batterien. Aber dann können Sie hier tatsächlich richtig mit fliegen. Ja, und wir machen jetzt auch weiter und gehen noch weiter in die Luft. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, da haben wir jetzt schon mal einen richtigen großen Quadrocopter. Das ist schon fast ein Profi-Quadrocopter. Ein unglaublich beliebtes Modell von Ihnen. Der hat jetzt auch natürlich, ist faltbar. Er kommt in dieser Kassette zu Ihnen. Da lässt er sich dann auch ganz leicht transportieren und lagern. Schauen Sie mal, hier ist er drin. So klein ist er. Wenn ich ihn rausnehme, kann ich ihn hier ganz einfach auseinanderfalten. Und dann ist er schon bereit zum Fliegen. Wahnsinn, so klein und kompakt. Und dann faltet man ihn einfach auseinander. Ja, und guck mal, hier vorne, da haben wir sogar eine Kamera drin. Das heißt, wir können bei diesem Quadrocopter sogar sehen, was der Quadrocopter sieht. Also Bilder aus der Luft, bewegte Bilder aus der Luft. Und das Ganze dann eben auch noch hier mit einer 4K-Kamera. Das ist also die gleiche Technik, die wir hier benutzen, um im Studio eben Aufnahmen zu machen, womit wir hier jetzt aufgenommen werden. Und jetzt muss ich mal ganz kurz die Startanweisung hier zu sehen. Es ist wirklich kinderleicht. Wir machen jetzt den Quadrocopter an. Ja. Oh ja, jetzt ist er an. Jetzt schalte ich die Fernbedienung an. Jetzt muss ich den Knopf drücken. Das ist also wirklich super einfach, hier den zu fliegen. Und jetzt kann ich ihn auch schon starten. Ich muss den, den, sehen Sie, die Rotoren bewegen sich. Der leuchtet auch wieder grün und rot. Ist auch wieder grün und rot. Guck mal, jetzt startet er auch von ganz alleine und bleibt in der Luft stehen. Der bleibt einfach stehen. Ich mache überhaupt gar nichts. Und Sie sehen da vorne die Kamera. Ich gebe dir mal die Fernbedienung dafür. Das ist ein Gerät, was Sie jetzt auch draußen fliegen lassen können. Der hat also 300 Meter Reichweite. Und ich habe selten einen Quadrocopter gesehen, der so stabil in der Luft liegt. Der hat 300 Meter Reichweite und können Sie bis zu 100 Meter hoch fliegen lassen. Der Akku hält übrigens hier dann tatsächlich 15 Minuten, was sehr lang ist für diese Quadrocopter. Und damit kann ich dann eben tatsächlich mal gucken, was der für Wind macht, für deine Haare. Ja. Ist irre, ne? Das macht einfach Spaß, mit so einem zu fliegen und mal die Gegend zu erkunden und draußen mal seine Flugkünste auszuprobieren. Es ist so leicht, die zu fliegen. Durch diese Technik, mit diesem Gyroskop, ist das eben so einfach, das zu machen inzwischen. Das war früher anders. Den können Sie sofort loslegen und damit dann eben starten und Ihre eigenen Flugaufnahmen machen. Das will ich Ihnen eben auch mal zeigen. Ich mache mal die Software dazu auf. Die geht übrigens für Android und für Apple-Geräte. Und dann können Sie hier auf diesem, ich habe es jetzt hier mal ans Tablet angeschlossen, können Sie sehen, was die Drohne sieht. Die zeigt jetzt gerade bei uns in Richtung Kameras. Sehen Sie das? Und das Ganze in 4K. Guck mal, hier ist jetzt unser Studio ein bisschen. Jetzt winke ich dir mal. Oh, da sehen wir dich. Ja, guck mal, du hast jetzt die Fernbedienung, kannst du zur Seite legen und davor eben Aufnahmen machen von dir. Und das kannst du eben bis zu einer Höhe von 100 Metern. Das Bild ist unglaublich toll. Es macht richtig Spaß. Sie können dann Bilder machen, Fotos aufmachen, neue Perspektiven sehen. Und gerade jetzt, wo es so sonnig und schön ist, macht das natürlich besonders Spaß hier. Jetzt sehen wir dich auch. Jetzt sehen wir mich auch gleich. Ich gehe mal ins Bild hier. Jetzt müsste man mich sehen. Das macht doch einfach Spaß. Und da sieht man Aufnahmen zum Beispiel auch bei Familienfesten oder so. Bei Familienfesten, hier? Dann kann man die ganze Gruppe aufnehmen. Da bin ich. Ja, stimmt, man sieht dich. Du bist auch mit drauf. Ja, für Familienfesten, für Hochzeiten. Ja. Überall, wo so eine Gruppe von Leuten ist. Oder auch im Urlaub am Strand zum Beispiel mal. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Ja. Das ist es ja. Du hast im Prinzip also einmal natürlich den Flugspaß, aber andererseits kriegst du eine neue Kamera dazu. Und wenn du siehst, auf der Fernbedienung hast du sogar eine Halterung für ein Handy. Stimmt. Da kannst du dann die App auf dein Handy laden, die ist umsonst, die kriegen sie dazu. Und dann kannst du nach Sicht fliegen, aus Sicht von dem Quadrocopter. Wahnsinn. Der hat auch noch natürlich ganz viele andere Sachen drin. Er hat GPS drin, das heißt, sie können eine Flugroute vorbestimmen. Er hat eine sogenannte Nach-Hause-Kommen-Taste. Das heißt, wenn er mal 300 Meter weg ist, dann ist ja nur noch ein kleiner schwarzer Punkt am Horizont. Dann kannst du da einen Knopf drücken und der fliegt automatisch zu dir zurück. Ach, das ist ja praktisch. Du kannst auch diese tollen Aufnahmen, vielleicht hast du das schon mal auf YouTube gesehen, so ein Fahrradfahrer, der irgendwo langfährt und von der Drohne verfolgt wird, so von hinten dich aufnehmen. Stimmt. Oder vom Auto. Der Wahnsinnsmöglichkeiten, ja. Und das Ganze in 4K, also beste Aufnahmequalität. Sie haben vielleicht einen 4K-Fernseher zu Hause, dann wollen Sie das natürlich auch in der tollen Aufnahmetechnik dann eben haben. Aber macht das nicht Spaß? Das macht richtig Spaß. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Ich bin echt begeistert. Und der liegt so schön ruhig in der Luft. Du hast, bevor du hier bei Pearl angefangen hast, was ja noch nicht so lange ist, noch nie so eine Drohne gefühlt. Noch nie. Ja. Aber hast du auch schon mal gesehen, ne? Ja, gesehen schon. Aber ich dachte immer, die sind so unendlich teuer. Aber bei uns ist das ja ein super Preis hier. Ja, das ist ein guter Stichwort hier. Ein super Preis für einen 4K-Drohne hier. Hm, wir sind hier nämlich bei unserem TV-Sonderpreis für 151,99 Euro für Sie. Der ist auch ablagerlieferbar. Und dann haben Sie auch einfach den Spaß zu Hause und können zum Beispiel mit in Urlaub nehmen. Oder auch, wenn Sie einfach mal raus ins Grüne gehen, das sind Aufnahmen, die sind echt wunderschön. Das ist es. Du kriegst halt eine ganz neue Perspektive hiermit, mal die von oben zu sehen. Und wenn Sie irgendwie einen Grund brauchen, warum Sie das jetzt unbedingt haben müssen, sagen Sie Ihrem Partner einfach, ich muss doch mal die Dachrinnen von oben sehen, ob da noch Laub drin ist, ob man die sauber machen muss. Da gibt es ja die wildesten Gründe dafür. Oder weil Ihr Haus von oben sehen. Das sind so Sachen, da müsste man sich sonst einen Flieger bestellen, der da eben rüberfliegt. Können Sie jetzt selber machen mit dieser Drohne. Einfach mal raus ins Grüne und damit diese tollen, tollen Aufnahmen machen. Hier, wir können unseren Mercedes von oben filmen, sehe ich gerade. Unser Mercedes, unser BMW-Motorrad. Das kannst du damit alles machen, mit dieser tollen, tollen Kamera, die hier eben. Das ist eine 4K-Kamera. Wahnsinn. Wenn du überlegst, was wie die Rekorder früher, wie groß die waren und alles. Das ist jetzt alles in so einem kleinen Ding. Wahnsinn. Ich bin echt begeistert. Und was zu unserem TV-Sonderpreis, also am besten jetzt bestellen, dann haben Sie den Spaß auch zu Hause. Und glauben Sie mir, auch für uns Frauen, das macht super Spaß. Dann können die Männer gleich noch Fotos machen von uns oder Videos. Super. Es ist einfach mal, macht Spaß mal rauszugehen. Und man ist natürlich auch sofort über Mittelpunkt mit sowas und wird angesprochen. Weil es ein ganz besonderes Hobby ist. Und das sieht sehr schwierig aus, ist es aber wirklich nicht. Die kann man wirklich sehr, sehr leicht fliegen. Sie sehen das hier, wie ruhig der bei uns im Studio in der Luft liegt. Draußen ist das nochmal ganz viel mehr Spaß. Weil Sie da wirklich mal 300 Meter wegfliegen können und 100 Meter in die Höhe. Es ist einfach der Hammer. Und das eben für den Preis hier von 151,99 Euro. Das ist ein Spaß in Dosen, kann man sagen. Es macht so viel Spaß, den zu ziehen. Schau mal, ich habe auch gerade die Landetaste gefunden. Dann landet er ja auch ganz sanft. Du kannst starten und landen. Wahnsinn. Ja, der hat eben eine Start- und eine Landetaste. Da müssen Sie sich auch gar keine Sorgen machen. Oder du drückst den Knopf, dass er zu dir nach Hause zurückfliegt, also zu dir selber. Er kann Personen verfolgen, Fahrräder, Autos. Es ist einfach, die Möglichkeiten sind so groß hier, was Sie da mit alles machen können. Und das Ganze in diesem kleinen Gerät, was super gut in der Luft liegt. Und diese Aufnahmen können Sie auch machen. Ganz, ganz einfach. Und das egal, ob mit dem Handy, ob das mit dem Android oder mit dem iPhone ist. Damit geht das alles. Ob das ein Tablet ist oder ein Handy. Können Sie da vorne einfach anspannen. Auch noch nach Luft, nach Blickkontakt fliegen. Und das eben auch noch für diese lange Zeit. Diese Akkus halten ja auch eine ganze Weile hier. Wir zeigen Ihnen gleich noch Zusatzakkus, falls jetzt Flugzeit nicht reicht. Aber er hat hier schon 15 Minuten Flugzeit. Sie sehen, der bewegt sich überhaupt gar nicht in der Luft. Und da kann man auch Kunststücke üben, mal richtig raus in der Natur und die Welt aus einer neuen Perspektive sehen. Ja, und das wie gesagt zu unserem Wahnsinns-TV-Sonderpreis. Wir sind hier bei 151,99 Euro für Sie. Und Sie bestellen unseren faltbaren GPS-Drohne mit der ZX-52-16 und der 569 am Ende. Mit der 569 sichern Sie sich unseren TV-Sonderpreis. Und dann haben Sie auch den Spaß bei sich zu Hause. Ja, da haben wir den Spaß. Ich will Ihnen noch einmal fliegen lassen, weil du bist jetzt die ganze Zeit geflogen. Es macht so einen Spaß, mit dem eben in die Luft zu gehen. Sie brauchen nur einen Knopf zu drücken und er startet und liegt dann hier ruhig in der Luft. Und dann haben Sie eben gleichzeitig noch das Bild hier drauf. Ich hatte gesagt, wir wollten Ihnen noch einen Zusatzakku anbieten. Genau. Mit dem können Sie dann Ihre Flugzeit verdoppeln. Wenn Sie zwei davon kaufen, können Sie es verdreifachen und so weiter und so weiter. Wir haben eine kurze Ladezeit. Dann können Sie mit einem fliegen, während Sie den anderen aufladen. Der Akku selber kostet auch nur 14,24 Euro. Würde ich am besten gleich mit dazu bestellen. Und dann können wir hier eben diese tollen Aufnahmen von uns machen. Es macht einfach Spaß, mit dem in die Luft zu gehen. Ich sehe mich. Wir sehen uns schon wieder hier. Ich will mal versuchen, näher heranzufliegen. Achtung. Ja. Es ist aber wirklich ganz einfach. Jetzt drehen Sie mal zu mir. Ups, andersrum. Diese Aufnahmen können Sie machen. Von zu Hause hier mit Ihrer tollen Fernbedienung und dem Handy oder Tablet, was Sie mit anschließen. Und dann können Sie in die Lüfte gehen und mal richtig, richtig die Umwelt erkunden. Gerade jetzt im schönen Wetter macht das besonders viel Spaß. Vielleicht lassen Sie Ihre Kinder auch mal ran. Er ist wirklich kinderleicht zu steuern. Egal ob Männlein, ob Weiblein. Unsere Sendung heißt Spielzeug für große Jungs. Aber es ist definitiv für alle etwas dabei. Auf jeden Fall. Und unseren Zusatz- und Ersatzakku bestellen Sie mit der ZX-5217 und der 569. Dann haben Sie nämlich noch viel mehr Flugspaß und viel mehr Flugfreude. Und ich bin ganz begeistert. Das macht Wahnsinn, ne? Ja. Und dann kannst du eben mal deinen Mercedes oder deine Honda auch mal von oben aufnehmen. Es ist einfach der Hammer, was heute möglich ist hier mit unserer Drohne, die eben so kinderleicht zu fliegen ist. Das ist der Hammer hier dran. Das hier eben tatsächlich. Flieg mal hier zu unserer Kamera hin. Die weicht immer aus. Aber keine Angst. Hier komme ich ins Bild. Da ist unsere Kamera. Also ran ans Telefon für den TV-Sonderpreis und viel Spaß damit.